ich weiß nicht weil es nicht so viele Krippwasser Krippwasser ich hab dazu immer Krippwasser Alter liegt der 4 EP 3 EP-Bellchen ja okay ich glaub hier hier liegen schon Sachen ja dann ist es bei mir hier liegt ne Workbench ja bei mir aber ich sehe nicht mal Lava ja auch da die erste sind noch da die sind und da ja aber nur ein Ding keine Ahnung ich wollte noch ich wollte noch dort sitzen aber tp dich einfach zu mir wenn er die Spitzergast ja warte tp du mich mal jetzt warte ich dir fähig gleich auf jeden Fall im Wasser immer mit oh warte ich mach ganz kurz sowas was du nicht gemacht hast sicher einfach okay da ist Lava lass mich hier rein ich hab die Glücklichkeit bei Slash tp ja ne jetzt hab ich beinahe es andersrum ich kann sein Tab schraben ja oh da geht die Dingens aus geht die was aus 907 oh 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 geil du hast mich in einem tiefen Loch mit rein tp oh ja das geh mal kurz in der andere Ecke okay da sind sie warte 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 ganz sicher ganz sicher ja es hat vier Dias weggesprägt hast du Dias aufgesammelt? ne war da waren keine Dias okay dann hat sie weggesprägt okay das wusste ich ich hab's irgendwie gewusst ne warte 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 ganz kurz ich probiere mal wenn ich mich jetzt hier rein baue so ja hab ich nicht bestellt aber wetten fehlt uns wieder genau nur einer so ach so warte mal ich kann ich warte mal kurz weg ja zurück so jetzt ist da schon und da schon mal also den 1 Dias können wir mal abbauen mach das so mach das so mach das zu oh Junge tu mir leid nein nicht oh bist du ne mongo was willst du von mir willst du mal was von Glück 3 gehörst ich schäme mich da oh man nein pass auf pass auf alter der nimmt mich die extra mit runter ich bin so dumm okay jetzt haben wir beide einen Fehler gemacht ich schäme mich man du hast einen größeren gemacht nein ich war das das 5 also kann man bis zu 5 holen ja und wir hatten 4 Blöcke ne ja aus einem kann man 5 ich war gerade brain afkar ja und ich jetzt ich suche mal ob hier noch irgendwelche sind wir waren beide scheiße wir waren beide scheiße ja ja eigentlich ging das so ich weiß schon wie ich den nächsten Part nenne oh mein Gott Tom du bist so dumm ne ne oh man wir nennen uns die Brainer n er ist er und das war deine Spitzhacke was er hat mit der Glückspitz hat gab nein Gott habe zwei weitere mitgenommen kann ich gerne noch eine geben ja gib mir mal eine Redstone brauchen wir nicht doch überhaupt das regt mich grad ein bisschen auf damit ich er redet einer bei dir irgendwo Stimmen ne es ist wohl bei dir bei mir redet keiner hallo Benni oh Benni wir nehmen grad auf hehehe 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 ich bin zufällig grad in TS und in Digit so ok Benni geh mal kurz raus sag so stimmt der TS wird leiser gemacht wenn ich bei Skype mit dir rede hehehe redet da grad einer ich höre hier irgendwie stimmen hehehe hehehe oh Mann ich dachte mir grad so Herr hört sich doch voll nach Benni an jetzt redet grad einer bei mir auf ich bin grad so ich denke nur so an der so ja toll jetzt hätten wir uns jetzt hätten wir schön gleich ins ähm in Hölle gehen können und dann hab ich ganz vergessen am Tor Alter weißt was Tobi schon mal gemacht hat der hat wir hatten zwei Dias gefunden ja zwei Dias Erze ja ey hier ist dir hier ist dir hier ist dir komm her komm her komm her wer ein 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 ja zwei ja drei ja schau dir an die 13 Dias er 13 10 aus vier Dingern grad noch ein bisschen rum so und wer hat vier Dias oder drei Dias in Silvus geschnitten ja wer hat andere drei Dias gefunden ich hehehe mhm ich glaube in der Schluchtbäume schon oder Alter oh weißt was weißt was lol ist Luki wenn du ne Alter Alter pass auf geh weg 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 hast du noch ein Skeletter ich hab ein Dias ich hab ein Dias ich hab ein Dias ich hab ein Dias lass mich komm weg komm wir gehen hoch wir gehen hoch wir gehen hoch scheiße ich wollte jetzt nur hier gucken ob ihr noch irgendwo Dias sind ich hab ein Dias ich weiß auch nicht wovon gib mir mal ein Dias und dann guckst du dir guckst du dir noch hier hoch und ich geh oder warte machen wir uns kurz einen Spitzhack und bauen hier erstmal ein bisschen Dias ab ok wir teilen die Dias zur Hälfte auf falls einer stirbt äh ich hatte ich muss mich ganz kurz nochmal neu ausrüsten oder doch nicht ich hab nicht minimal Ausrüstung so ich mach mir ganz kurz eine Diaspitzhack und dann ähm jo ach das ist kacke ey ich hab nicht mal mehr Rüstung hast du ein Emerald hast du ein Emerald ich hab das hier ich hab das hier ne mein Emerald ist ein Trocken ne 3 ich hatte ok kann dir noch Golderz geben ich hab mir ganz kurz ne ne Gold brauch ich nicht das kannst du nur mal ganz kurz so jetzt brauchen wir nur Wasser yeah ich sollte jetzt nicht sterben ja Wasser komm her mach mal alles hier weg alles hier weg ich hab mir jetzt so ein Ding jetzt von oben mitgenommen ok ok 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 4 hast du Facken? ich hab keine Facken auch keinen Platz auch keine Kohle können wir welche machen so ich guck jetzt erstmal hier hinter ok hier hinter ist schonmal nichts wo guckst du denn immer hinter? hinter den Dingens Obsidian oh ich hab's ja gerade einen hab ich schonmal wenn ich jetzt 10 wir brauchen 10 für ein unschönes Tor und 12 für ein schönes Glockensbünd ich mach ein unschönes ich weiß auch schon das kann man dann das machen wir klatschen noch nicht so das klatschen mal in in unter der Erde rein ok ich war grad ganz schön dumm aber ist auch egal ey jetzt mach mal ganz kurz das Handy aufstummen nicht damit dann die Musik und irgendwie keine Ahnung was und alle oben ja ich hab mich angerufen werde und dann die Musik vor mein Handy klingeltont musst du mal ja ich kapiere das nicht wie das geht wie das geht bei my phone nein nein warte mal und dann irgendwie das Video gesperrt wird ach so wie in der Lizenz das ist ja auch bei den Copyrighted sein muss das Lied hatte ich schon mal ein Video gemacht im anderen Kanal weiss so viel Arbeit angeguckt als es doch nicht gesperrt wurde es war eine Stunde Arbeit und alles umsort sich mal eine Stunde Arbeit ist jetzt eigentlich nicht so viel aber guck mal trotzdem schon eine Stunde ne auch einen Viertelstündigen Part ja ne es war nicht mal eine Viertelstunde es waren sechs Minuten oder fünf Minuten es war ja kein Part es war nur so ein Video war geil gemacht zusammengestellten erfüllen okay ich hab sie sieben schon sich gebrauchen waren ab 10 ne ja ach so fragst du dich noch um gehst du schon hoch gehst du schon hoch ne ich wollte gerade noch mal in Gang nachgucken aber da wollen wir schon mal geh mal lieber schon mal hoch und save die Dias da bist du geh mal schon mal hoch und fällt ich kann nicht mehr wo es hoch geht hm es ist ja gar nicht dann baust du dich einfach hoch ich brauch noch ein bisschen Eisen und würdest du also Eisen hab ich genug fast man kann nie genug Eisen haben ich glaube Eisen nicht aber Kohle irgendwann ja Kohle ja Kohle ich weiß nicht, ich weiß nicht, man kann nie genug Kohle und jetzt man kann nie genug Robbing man kann halt von allem nicht genug haben man kann halt von allem nicht genug haben die Regel von Minecraft ich hab jetzt schon zehn aber ich fahre noch mal ein bisschen mehrfalls immer schief geht und aus dem braucht man ja noch mehr für den Enchanted TV ich finde es nicht schlimm ja ich finde sogar richtig geil aber warum haben wir uns ein Enchantbuch mit Glück 3 auf einer Eisenspitzhacken gemacht welch so dumm war und wieder Brain auf Cover ähm aber müssen wir die halt nur für Dias benutzen ähm 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 wir brauchen ja noch den Enchanting Table außerdem hab ich eh bei Better Enchanting also in CZ Buch denn sowieso nicht oh hoch hoch das aufhör das Lava stimmt nicht man du hast die meisten Dias ich hab schon vor aber du deine Verboten hast ja ich fahre jetzt auch noch den Enchanting Table ok denn so brauchen wir nur eine ein dir nein ach so du meinst äh davon braucht man glaub ich 4 6 ne nicht 6 doch 6 6 6 man macht das in der Höhle wie zum Boot oder war das nicht so man braucht ne ne man macht man macht 3 unten in die Mitte ja stimmt ja unten drauf ein dir ja ja und in der Mitte noch ein Buch und wo naja naja Buch und dann oben drüber ein dir ja wenn die anderen Buch weiß ich nicht da brauchen wir noch ein Blaze ne ja nein ähm die sind ja relativ leicht zu formen und wenn ich liegen weißt du weißt du blaue Farmen an später wie macht man denn ein Blazefarm ach so da sind jetzt eine Spawner ja schließt den Raum